Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu State... S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-Tate Off-D-K, 2 Yes, Abfahrt 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 Die letzten beiden Seuchenhäuser Also Häuser, Herzen Da ein neuer Infektionsherd wurde entdeckt Und wird auf der Karte angezeigt Das sind diese gelben Ach so Das sind die grünen Splashy-Dinger, oder? Genau Wenn man die nicht räumt, kommen immer mehr Mehr Viecher, aber Oh nö, es kommen mal mehr Monster Aber weißt du was, wir Ich würde mal sagen, wir fahren trotzdem Das schaffen wir noch Bist du sicher, oder? Jaja Die sind eigentlich so gut ausgerüstet, die müssten das schaffen Ach so, ja, okay Kann man nicht vorstellen, dass es nicht Die haben vorhin auch ordentlich geschnetzelt eigentlich Ja, eben Und wir sind ja nicht lange weg Also das Seuchenherz geht halt recht schnell mit Zwei, ähm, C4-Ladungen Das Sollten wir gut hinbekommen Okay, ich muss dann jetzt mal mit rein und gucken, wie das aussieht Ich bin ja gleich aufs Dach verschwunden vorhin Ja, genau, genau Der ist weg Vorsicht Monster Alter, ich ziele wie sonst Ich hab jetzt so gern mit Kimmy und Korn zielen und nicht mit diesem komischen Schleck ins Bubur Ding Das ist echt so Und da gerade einer raus? Nee, ne? Ja, danke Vielleicht geht das ja irgendwie, aber ich wüsste nicht wie Okay, alles gut Dann lass uns mal rein Ja Äh, nicht, nicht laut sein oder so, sondern Okay, time for a close encounter Da links ist so ein Hetz Hier ist es Da drinnen Wow, okay Okay Ich renne die Dinger jetzt gleich Ja Okay Wow, 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 wow Vorsicht Wow Ja Jetzt hab ich auch so eine Anzeige dran Okay Ist vorbei Ganz wenig Das geht ja noch Das Problem hat sich jetzt schnell gelöst Boah, hier ist so viel Zeug Wir können ja beim nächsten Mal nochmal vorbei Ich überlege gerade, wollen wir Guck mal, wir haben nur zwei Minuten gebraucht Wir können das andere Herz auch noch schnell machen Wenn wir uns beeilen Ja, wir gucken mal halt kurz, was wir hier kriegen, oder? Wir können ja zurückbringen und dann das zweite machen Äh, ja, ich würde wegen der Plague vielleicht ein bisschen Vielleicht sind wir allen, also was da kommt Dieses dumme Ding da Okay Weil wenn wir das schaffen, dann kriegen wir ja alles unter einem Hut vielleicht Da sind wir Ja Ähm, okay Steig ein, Ligger Geht Ähm, bis rechts Looten können wir dann immer nochmal schnell Ja Alles klar Also du hast jetzt auch keine Ahnung, was passiert, wenn wir das letzte machen, oder? Nee, keine Ahnung Okay Weil das ist ja so das Story-Ziel jetzt noch eins Und dann ist das Story-Ziel erfüllt Genau Ich habe keine Ahnung, was passieren wird Wenn man kein C4 hat, wie zerstört man dieses Heuchenherz? Ähm, du kannst es, glaube ich, nur mit Dynamit machen Munition geht, glaube ich, gar nicht mal Okay Liberty Estates Liberty Estates Liberty Estates Noch eins Moin Die stehen immer im Weg, die Typen Hm Der Truck wäre auch geil Oh ja Der ganze tolle Fall Okay, und die Stadt wäre dann sicher Ich bin gespannt, was das bedeutet Loot-free, oder? Ja Dann lass mal aussteigen Okay Ist das wirklich der letzte Plague-Heart in der Stadt? Damn, das ist spannend Warte mal Der Dicke ist weg Okay Der Typ da hinten ist auch weg Oh, das sind drei, vier, rechts Wo? Ah ja, gut Rechts Wir können ja da langlaufen Wenn wir das Play-Card schnell kriegen Äh, schluss im Weg Sorry Ist ja nicht so, dass ich nicht um dich rumlaufen kann Das bist du Besuch Ich werde auch noch einen, oder? Ja Oh ja Achtung Der ist tot Digga Kommst du durch? Äh, ne Ich habe hier gerade ein bisschen Probleme Ähm Oh oh Es könnte sich schnell klären Oh 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 Scheiße Raus aus dem Gebäude Ja, bin ich Ich laufe gerade Richtung Auto Ich habe noch eine gezündet, um den Typen da loszuwerden Oh shit Aua Fuck Oha Ich habe zwei Handgranaten Oh Okay Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Oh, da drinnen läuft ein Screamer rum Es war wieder ich Ich bin irgendwie verletzt, oder? Ein bisschen Da kommt einer Okay Ich habe noch ein Dynamit Das könnte Okay, ich habe keine Money mehr Okay Ich muss nur noch einmal hier rein Hau Hau Ruf Allah Okay Raus hier Bist du draußen? Ich bin draußen 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 Aber ich bin bereit Wir haben es geschafft Um die Inhalte des Independence Packs zu Hast du was bekommen? Keine Ahnung Nö, glaub nicht Wow Oh, Alter Meine Leiste ist halb voll Okay Bei mir auch Also diese Seuchenleiste Bei mir auch Das heißt ich muss mich erholen, oder? Ja Sofort wenn wir da sind Ich gebe Vollgas Okay Und jetzt? In zwei Minuten haben wir noch eine kleine Seuche Eine kleine Ziele, die dein Anführer vorgibt Um die Story deiner Gemeinschaft abzuschließen Mhm Okay Ich Wir gucken gleich mal, wenn wir da sind Okay, ich hoffe wir schaffen es in eineinhalb Minuten da zu sein Aber wir hätten genau in die andere Richtung fahren können Egal Ich habe halt keine Munition mehr Ja, das wird gleich lustig Ja Loing Was für eine Munition brauchst du denn? Was hast du denn da? Nein Neun Millimeter? Mhm Keine Ich kann auch die Charakter Ich kann den Charakter wechseln Ich habe für den anderen noch Munition Mhm 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 Machen wir Oh ich muss mich so konzentrieren Ja 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 Hui Ach du Scheiße das Ding geht gleich kaputt Gibt's ja gar nicht Alter Okay 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 Das Auto hört sich auch nicht mehr gut an Ja Ja Alter Ich dachte da würde viel mehr passieren oder so aber Okay 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 Wir sind aber eh gleich da Wir sind ja noch immer von den Roten ey Aber nicht mehr so häufig zum Glück Oh ja der ist geil Da müssen wir Da müssen wir mega aufpassen weil der weicht dem Auto auch aus Hey Komm mal Mutti wir sind da Hallo Hab ich vielleicht Da was zum nachtampen Kann ich mal machen Es hieß irgendwie ich soll mich beim äh Gruppenanführer melden oder wat Ja das steht ja wenn du die Map öffnest Oh nö, da kommt ein dicker. Der hat wohl Bock. Au! Ah nö, das ist der da. Der ist weg. Okay. Wo sind's? James! Echames! Nice to see you again. I'm done. You do this for a while. Okay, was, was... Was muss man denn jetzt machen, wenn der sagt... Ach hier, Gemeinschaftsziele noch, oder was? Und was? Erreiche die Ziele, die dein Anführer vorgibt, um die Story deiner Gemeinschaft abzuschließen. Bist du mein Anführer, oder? Äh, das... Bei mir steht exakt dasselbe. ... 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 ähm ... Ich... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Also, ich sehe, dass es immer... ... mit einer anderen Karte? Ich glaube mit der selben Karte. Okay. Ich glaube, es gibt gar nicht so viel Auswahl. So würde ich jetzt eher sehen. Ähm, könnte ich... Nö. Oh, jemand hat Sprengstoff gefunden. Cool. Hab ich hier Kram, den man verkaufen kann? Ich hätte hier so ein bisschen Stuff, den ich jetzt noch verkaufen könnte bei so einer Clique. Irgendwo hier hinten. Wenn du willst, können wir das noch schnell machen. Ja, ich guck grad. Was ich mir so anziehen kann. Das braucht auch ein bisschen länger. Okay. Gut, heißt das jetzt, wir sind fertig oder was? So scheint es zu sein. Aber ich seh halt nichts mehr auf der Karte. Erreiche die Ziele, die den Anführer vorgibt und die Story deiner Gemeinschaft dazu schließen. Ja, du bist doch mein Anführer. Oh, warte mal. Ein neuer Anfang. Ich habe ein paar Ideen, wie man das tun kann. Sprech mit drei Mitgliedern deiner Gemeinschaft über die Vernichtung der Blutseuche. Achso, ja, jetzt geht's. Das war schade. Okay. Na, dann sprich mal. Ähm, und jetzt haben wir es über... Oh, cool, sagt er. Cool. Mega. Echo sagt, wir müssen bauen. Hey, hi. Und das hast du. Hä? Tanisha... Mhm. Cool. Okay. Eine Festung. Im Leben müssen wir aus unserem Zuhause eine Festung machen. So wie ich das aussehe, aber... Okay. Du bist da... Was wollte ich nochmal mal... Wo wollten wir nochmal hin? Äh, genau, zu den... Wollt ihr nicht irgendwas verkaufen oder so? Genau, zu den Dudes und Dudettes. Muss mal da hinten hin. Ui. Komm aber so nicht rum. Weil dann können wir vielleicht noch den Strom außenposten oder so kaufen. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kommt vielleicht noch was mit einer Mission. Unser Anführer scheint uns nicht wirklich Ziele vorzugeben. Ja, ich bin ja... Also ich spiel gerade den Anführer. Ja, ja, aber... Ja. Waren wir die Ziele, die dein Anführer vorgibt? In der Ernst? Mhm. Oder hast du das gerade vorgegeben mit, sprich mit drei Menschen? Ne, ne, das kam einfach. Ja, das meine ich. Als ich im Auto saß. Ui, wir haben das Auto nicht repariert. Ist nicht so gut. Ja, das schaffen wir auch. Okay. Vielleicht sind wir da. Und hier hoch. Hier sind nämlich Leute, mit denen können wir handeln. Hallo. Wir sind da. Wer noch? Mein. Mh, wir sind da. Hört sich hier an Grenzen, hier bei denen. See ya. Ich frag mich, wie man noch... Wir müssen wahrscheinlich Missionen machen, ne? Hey, could you guys help us out? I'm rolling to you. Okay. Wenn du da was hast, sag Bescheid. Was? Was ist Dorotia? Du hast mich angezwinkert. Angezwinkert. Mal schauen, was Dorotia von uns will. Mhm. In dem rustikalen Haus. In dem da? Hallo, rustikales Haus. Hallo, rustikales Haus. Hi, there. Please do come in. Hi, hello. Dann geh halt weg. Medikamente beim Ab... Aber unsere Leute gelangen... Gracias. Gracias. No nada. Äh, was? Was für nada? Alter. Hau ab. Die lassen mich nicht durch. Reise zum abgeschiedenen Haus. Okay. Da war ich schon mal. Egal. Oder finde einen Packsack und Medikamenten. Äh, ja, da beim abgeschiedenen Haus reicht ja. Ja. Hui. Vielleicht füllen wir auch eine Autoreparatur endlich. Das finde ich auch nicht so schlecht. Looks like it's been picked clean. Mhm. Ah ja, die ist da hinten. Okay. Vielleicht nochmal rechts und dann sind wir da. Hallo. Buah. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Schönen Tag. Nein. Ähm. Da ist jemand rumgeputzt. Verdammt. Was ist denn? Ähm. Da ist jemand rumgeputzt. Dann schalte ich den Zettel. Und ziehe ich gerade. Oh. Hallo. Hallo. Abheben. Hier soll ein Packen. Wer sein? Ich schütze mal hier. Jo. Gibt's hier noch was? Ne, ne? Ne. Gut. Dann gehen wir gleich wieder. Tschüssikowski. Ah ja, ja, ja. Dieses Auto muss repariert werden. Oh. Ja. Ah, jetzt haben wir eine neue Mission bekommen. Okay. Ja, du musst halt deine Festung aufwerten. Mhm. Das ist spannend wie, weil wir haben schon ziemlich viel aufgewertet. Bauer einen Teil aus. Was? Da musst du jetzt zwei Materialien finden. Okay. Durch Suche nahe willigen Orte nach Materialien. Um das überlegen, dass du die Gemeinschaft sichern musst, dort Anlagen aufwerten, bauen oder umwandeln. Dann gucken wir doch gleich hier nach. Ja, moin. Okay. Ich bring das mal kurz zu Dorothea. Du kannst ja hier schon mal gucken. Vielleicht findest du ja Materialien. Ich will nicht, dass sie mein Brot aufhören. Ah ja. Hey, komm mal rein. Äh, hier. Okay, hier gibt's wieder voll viel für dich. Geil. Ich komme. Gab auch gerade 200 Eppes. 201 Fluss. Wie viel haben wir denn jetzt? Ähm. Uh, fast hätten wir hier, wie ist das? Die Basis. Also, die Strombasis. We found worse, I suppose. Los. 2135. Medizinische Beratung, Schlafschützen, Unterstützung. Okay, ich habe schon ein Materialien. Ja, ne, ich habe schon ein Materialien. Ja, gehen wir mal in das Haus darüber, oder? Jo. Wir gucken uns dann noch ein bisschen an. Hier gibt's noch ein bisschen Zeug. Okay. Moin. Einer hat dich gehört. Oh. Au, ne Waffe mit viel Munition. Okay, hier kann ich auch ziemlich viel looten. Ich habe... Standard Ambrust Bolzen. Sehr gut. Ein bisschen Zärtlichkeit. Nein, äh, Chemikalien. Waffen überlässt du. Hier ist was. Das ist für dich was. Hier ist was. Hier nebendran ist auch was für dich. Bei mir ist noch was. Äh, das war die falsche. Nein, das denke ich mir. Okay, ist weg. Noch irgendein Kladderadetsch. Ich glaube, ich habe hier alles durch. Ich, äh, gehe mal die anderen Häuser angucken. Ich habe jemanden getötet. Okay, der ist auch hier. Acrobatics. Oh, oh. Ich glaube, neben mir war ne Horde. Ah, ah. Ähm, Besuch. So, hier. Danke. Aua. Noch was gefunden. Yo, ich habe den zweiten Sack. Perfekt. Okay. Ich glaube, der hat keinen Arm mehr. Jetzt hat er keinen Kopf mehr. Ja, irgendwo im Hintergrund läuft noch einer rum. Ja, kein so. Okay. Dä, 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 dä. Hast du, äh, ein Reparatur-Kit gefunden? Nee. Gut. Dann fahren wir mit der alten Möhre. Nur Benzin. Ah, gut. Könnten wir auch irgendwann mal gebrauchen. Wer weiß. Boah, wenn das Ding so qualmt, dann ist echt schwer zu fahren. Muss man schon zugeben. Boah, woah, woah, woah. Okay. Full gas. Boah, der war gut. Der war knapp, Hammer. Ordentlich durch die Mitte geprettert. Ordentlich, Hammer. Ui. Was? Oh, oh, der ist ein bisschen dick. Der hat Bock. Ähm. Vielleicht sind wir da. Da war ein Aufgeblähter. Aufgeblähter. Mhm. Was ich schade finde, ist, dass die Autos sich nicht von alleine zum Teil reparieren. Wie alleine reparieren? Ja, dass sie hier und da sich nochmal reparieren tun. I think things will be better around here for a while. Thanks to that. Okay. Ja, hab ich jetzt auch abgeschlossen. Das nächste. Könnte ich auch nichts mehr aufwerten. Ich glaube, das geht wahrscheinlich jetzt ewig so weiter. Der Sack ist wahrscheinlich jetzt immer wieder irgend so Ziele für dich und dann, ja, damit halt das Spiel nicht aufhört, quasi. Das wäre, älterlich. Äh, ich bräuchte noch den Strom da hinten. Den würde ich noch gerne holen. Ah, da ist er. Dann haben wir noch hier alles gesichert, was es zu sichern gibt. Ist ja gleich hier. Schön geparkt, hör mal. Und dann. Komm mal nicht rüber. Komm mal hier rüber? Ja, hier. Oh, ein neuer Infektionherd wurde entdeckt. Yo. Abfahrt. Jetzt ist da hinten richtig Strom. Und jetzt wird da auch gerecycelt und sowas. Das ist richtig gut. Was ist denn das hier? Ah, ein Reduces Cooldowns on Radio. Okay, Signalverstärker. Auch geil. Kann ich, äh, was ich mich nur... Alter, weißt du? Das ist halt so, die haben so eine Hitbox von zwei Kilometern. Ja, aber echt. Was ich mich frage, ist, ob man das nochmal aufwerten kann. Nein, kann man nicht. Aber das Geile ist, hier kann man jetzt nämlich Sachen einlagern, wenn man möchte. Also hier in diese... Oh. Äh, was denn? Monition. Monition. Das hinten? Was bräuchte man denn noch? Benzin eigentlich. Könnten gucken, ob wir die Benzinleitung da hinten kappen können. Vielleicht finden wir ja was. Sind hier Gegner? Ja, das sind Gegner. Da hinten kommt was. Oh, dahinter sind sehr, sehr viele Gegner. Oh, Leute, ganz langsam, Der letzte kommt. Scheeeen. Hier gibt's noch ein bisschen Kleideradetsch. Zum Beispiel Chemikalien. Benzin. Und ein Hut. Aber, ah ja, da vorne läuft eine Horde vorbei, die könnten wir auch wegschneckeln. Ich würde mal ein bisschen Krach machen und die zu mir locken. Ich habe Bock auf mich. Aua. Och nö, da ist so ein schneller unterwegs. Aua. Ab ihm. Nein. Jetzt ist er tot. Jetzt werden wir Spaß haben. Das Leben ist nicht so eine Herausforderung. Und wie geht's dir so? Na gut, ich kann irgendeine Spezialisierung auswählen, schießen. Sehr gut. Aber, es hat nichts gebracht, dass ich hier jetzt der Baum ein Ding machen kann. Cool. Und sicher kein Gegner auf der... Kann jetzt scharf schießen. Oh, das kann von Vorteil sein. Was haben wir denn jetzt? Der macht jetzt immer wieder so... Ich glaube tatsächlich, dass die Karte hier gekleert ist, wo du bist da. Weißt du, was am lustigsten... Was ist das? Ja, moin. Der ist weg. Oh, Alter. Hä? Ein Beil. Oh, geil. Eine Feuerwehrachse, oder was ist das? Ein Zimmererbeil. Jawohl. Geil. Aktiviere deine Versorgung. Haben wir gerade. Genau jetzt haben wir es gemacht. Aber, er hat es nicht aktiviert. Er ist zum Weinen. Ja, gut. Lass uns zum Auto gehen. Vielleicht, wenn wir ins Auto kommen. Da bist du jetzt quasi eh durch. Ja, ne? Schon, würde ich sagen. Ja. Karte ist gekleert. Du hast eine ordentliche Basis. Ich kann hier eigentlich nichts mehr... Ich kann hier nichts mehr gefährlich werden. Ja, es sei denn, es gibt noch zu Ende. Hm? Es sei denn, es läuft noch was zu Ende, oder so. Also, so, keine Ahnung, es gibt noch mal am Ende so einen riesigen Angriff, oder so. Scheint ja nicht so zu sein. Ich glaube, diese Missionen mit diesem... Äh... Beispiel, benutze er... Ja, hol uns das, hol uns dies. Ich glaube, das geht jetzt ewig. Ja, wobei es schon so ein bisschen nach Progress erstmal noch aussieht. Aber erstmal. Ja, gut. Kann schon sein. Ja, schon sei. Kann schon sein. Und du kommst weg und du kommst dahin. Oh. Nee, du kommst dahin. Und du, äh, Mod entfernen und, äh, hier anbringen. Ja, danke. Stelle einen Gegenstand her, der Strom benötigt. Sicheren Munitionskasten herstellen. Oh, okay. Ähm, wie wechsle ich? Mhm. Ah, okay. Hab's schon rausgefunden. Sehr gut. Oh, hier wird noch gebaut. Hier haben wir unsere Farm. Keine Ahnung, was man noch sagen soll. Äh, okay. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt, wenn ich ehrlich bin. Und, aktiviere deine Versorgung. Das Ding ist an. Nutze deine verbesserten Versorgungsfähigkeiten und stelle einen Gegenstand her, der Strom oder Wasser benötigt. Ja, dann stelle mal einen Gegenstand her, der Wasser benötigt. Ah, okay, gut. Man muss einfach nur einer, ein Ding aktivieren. Und dann geht das von alleine. Okay. Dann wird das auch hinter uns. Yay. Kann ich hier noch? Nee. Kann nur zwei, drei Munitionen herstellen. Egal. Ja gut, äh, ja, dann würde ich sagen, um ehrlich gesagt, einfach nur das. Ja, finde ich gut. Würde ich sagen, sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Ja, gut. . Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. 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 Tschüssi.